Ich habe viel von dir gehört. Man sagte, du wärst schön. Und gut. Gut, bei dieser Art von Arbeit zu sein, ist nicht schön. Was machst du da? Ich stelle dich auf die Probe, so wie du mich. Vertrauen sie dir. Ich kann mich sehr gut verstellen, Max. Sie beobachten uns. Jetzt küss mich. Wie stehen unsere Chancen? Zu überleben? 60 zu 40. Dagegen. Ich habe dir doch gesagt, sie kommen dir noch auf die Schliche, Max. Ist das ein Spiel? Ein Test? Sitz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020